Was ist alles gut? Alles gut. Ein bisschen hart. Schwierig? Ja. Auf welcher Ebene denn? Für mich war es schwierig, weil wir mal zwischen geredet haben und dann habe ich mich irgendwann zugehört und danach werde ich wieder in Meditation gegangen. Also, sie sagt, es war schwierig für sie jemanden zu sagen, etwas mit der Geistung, aber dann hat sie immer wieder zur Meditation. Sie hat ihre eigene. Kann ich gleichzeitig meditieren und spielen? Ja, sie kann nicht und gleichzeitig meditieren. Für mich ist es immer schwer zu meditieren, mit den Augen öffnen. Weil ich möchte, in Subjet Meditation, ich öffne meine Augen, aber dann sie wieder zurückkehren. Und ich habe herausgefunden, dass ich die Schmerzen mag. Also, ich ziehe es irgendwie vor, obwohl ich das gar nicht möchte, immer mit geschlossenen Augen zu meditieren. Für mich ist es schwierig, die Augen offen zu halten. Also, es ist schwierig, weil es nicht mehr zu tun ist, weil es nicht mehr zu verhindern, weil es nicht mehr zu halten ist. Also, es ist schwierig, mit den Augen öffnen, dass es nicht mehr zu sehen ist. Weil es nicht mehr zu sehen ist, weil es nicht mehr zu sehen ist. Aber hier ist es so gut, dass du sprichst über das Space. Und ich versuche es nicht so, ich sehe die Objekte, aber nicht so, dass ich die Objekte bin, sondern so, dass ich die Space in-between bin. Das ist mehr und mehr hilfreich. Ich versuche es nicht so, dass ich die Objekte bin, die ich sehe oder die Augen öffnen. Ja, ich weiß, was du meinst. Also, für mich war es gut, dass du gesagt hast, dass es einfach nur der Raum zu sein selber, weil ich mit offenen Augen nicht so gut meditiere. Wie viele Leute meditieren mit geschlossenen Augen? In wem fällt es leicht, mit geschlossenen Augen zu meditieren? 99%? Vielleicht. Nein, nein, 90%. Du, auch. Wenn ich bin 10, dann habe ich eine sehr oft ein Zwitsch, zwischen closed und openen Augen. Warum ist es wohl schwieriger mit offenen Augen zu meditieren? Agitation. Agitation, right? Agitation. Wenn man angeregt wird. Das ist ein halberes Ausfall, oder? Mhm. Das ist ein halberes Ausfall. Du siehst, die Materialien. Du siehst, die Ornaments, die Farbe, so sehr. Das ist das, was ich sage. Was du siehst, was du siehst, was du siehst, sie leben dort. Sie leben dort. Wenn du sie leben dort, dann wissen sie das nicht. Wenn du siehst, dann sie sie nicht. Du siehst. Du siehst. Du siehst. Du siehst. Das ist das Problem. Deswegen sage ich, weil es sehr schwierig ist, weil hier mit offenen Augen sieht man so viel am Meer. Wenn der Himmel so offen ist, dann ist das leichter vielleicht. Aber deswegen sagt er, oder deswegen sagt er, dem Ding nicht zu folgen. Es ist sehr viel Ablenkung da, aber geh in die Stille, geh in den Raum, lass die Dinge vorbeiziehen, die du hören könntest, oder die du erfassen würdest, an denen du dich orientierst, die du anfassen würdest. Bei mir ist es schwierig, mit diesen geöffneten Augen zu leben, weil ich klicke mich, und versuche, nichts zu denken, mehr und mehr und mehr zu denken. Dann schliebe ich. Das ist normal, ja. Ich meditate mit den öffnen Augen, um zu agitieren zu sein, um hier zu sein zu sein. Ja. Das ist mein Sinn. Für mich ist es genau andersherum. Für mich ist es schwierig mit geschlossenen Augen, weil ich dann immer absacke und irgendwie einschlafe. Ja. Ja. Also, wenn man die Augen öffnen kann, dann ... Das ist nicht nur Ihr Problem, denn ich habe so viele Leute kennenzulernen. In Frankreich sind es auch sehr schwer zu meditieren, mit den Augen öffnen Augen. Und dann habe ich das Gefühl, was das Problem ist. Denn wenn sie die Augen öffnen, dann können sie viele Dinge sehen. Die Farbe, die Menschen, dann verschiedene Schäden, verschiedene Tries, so viele Dinge. Mir ist das erst aufgefallen, dass viele Leute immer mit geschlossenen Augen meditieren. Und dann habe ich darüber nachgedacht, dass ich mir oft war, ach klar, ja, das ist ihnen zu viel, wenn sie die Augen geöffnet haben. Unser Geist ist sehr empfindlich, unsere Wahrnehmung. Also, wenn du mit den Augen öffnest, dann wechselt dein Geist die Richtung. So, deswegen ist es sehr kompliziert, wenn etwas krippelt. Im Arm. Oder wenn du etwas hörst. Oder wenn du etwas hörst. Without, how to say, any judging, any following. Deswegen ist es schwierig zu verweilen, ohne zu urteilen. Aber wenn du das erreicht hast, dann ist es eine sehr schöne Methode. Ja. Ja. So, ich denke, du solltest, dass du nicht immer die Augen öffnest. Natürlich, wenn du sehr, sehr agitiert bist, wenn du die Augen öffnest, wenn du die Augen öffnest, wenn du die Augen öffnest, oder wenn du auf den Atem fokussieren willst, dann fokussst du einfach auf das. Es wird die Emotionen reduziert. Das Level der Emotionen reduziert zu Gedanken, über Gedanken. Es wird die Erinnerung. Also wenn du sehr angeregt bist, dann, okay, dann schließt die Augen, gehe dich, gehe nach innen, achte auf deinen Atem, bis du runtergekommen bist, bist du in der Lage bist, deine Konzentration zu sammeln? Ich denke, in der, especially in der Morgenzeit, du solltest mit öffnen Augen versuchen. Vor allem morgen sollte man starten. Weil in der Morgenzeit ist es einfacher, alle wollen es einfacher mediten. Ja. Kannst du uns ein oder zwei signen, für uns zu wissen, dass wir die Meditation richtig sind? So, in Meditation haben wir die Augen öffnen, und wie kann ich identifizieren, das ist die richtige Meditation? Ja. Ja. So, wenn du nur ein kurzer Moment wirst, dann kannst du nicht fühlen. Denn wir haben nicht genug zu fühlen. Wenn du ein kurzer Moment wirst, wenn du ein kurzer Moment wirst, dann ist dein Meditation zu sagen, wenn du es so richtig ist, wenn du das richtig ist, dann kannst du es richtig fühlen. Und dann fühlst du es, insofern, fühlen uns davon, insofern. So, alle positiven sind kommen, spürzendlich, spürzendlich, spürzendlich. Es ist gut. Und du hast das Gefühl, der Freude, der Obenheit, alles kommt. Alles kommt. Das ist ein Punkt Aliment. Das ist die sogenannte spontane Manifestation. So, you will know by your feelings how you are open. Do I have enough open? Do I have enough free? Do I have enough, you know? No. Everything you can feel inside. Just check your feelings. So, if you are not correct, then maybe you have more words. It will be possible, you know? More words than before. More thought, you know, more emotion, something. And if it doesn't work, then you may have more definitions, or thoughts, or feelings, that are a bit too many. Then you know, you are not here. Bye-bye.